Wenn du genug AP hast, können da auch Leute dran sterben. Einfach so, die laufen durchzugeben und sterben plötzlich. Ne, nimm mal ein paar AP da oben mit. Juhu. Ja, krass. Komm, lass mal Nashor killen. Wahaha. Wir schaffen das ja bestimmt zu zweit, als AP-Character. Ich bin jetzt mit Lauer-Gift rum. Er weiß ja nie, ob Twitch kommt. Okay, ich glaube, ich habe noch nicht gelooten, statt mit der Erzengel. Rein. Ja, mit seiner Ulti. Sehr schön, wie er das gesetzt hat. Schön gewastet, ey. Mann. Ich brauche Gegner, die ich werfen kann. Und schießt er mich an? So. Nö. Schon unterwegs. Dummdi-dum-di-dum. Ich lock mal die Wölfe in deinen Flins rein. Nein. Nicht. Oder nicht schütteln. Ich lege mal die ganzen Wege hier zu, weißt du? Weil dann laufen die, laufen den Weg entlang, und dann kriegen die nächsten dann nach den drei Sekunden, wo sie geslowed waren. Oh. Tut mir jetzt leid. Wo ist er? Der läuft wie ein Pilz durch. Nein! Und er lässt sich wieder hoch. Ja, wir kriegen ihn zu dritt. Und er lässt sich wieder raus. Nein, Timo, hör auf. Ja, wir sehen, wie der steelt. Was soll das? Echt? Kann doch nicht wahr sein. Nein. Jetzt schreibst du noch Reihe, was auch immer das heißt. Gibt nicht auch recht. Sorry, ich wollte es wahrscheinlich schreiben. Ja, das ist schwierig, es daraus zu schreiben. Ich lege mich zu. Nicht. Alles. Alles wird mir hier gestealt. Wenn ich es nicht verdient habe, trotzdem wird es mir gestealt. Und wieder. Immer wenn ich nicht da bin, wird ein Gegner getötet. Ist klar. Ja. Wahrscheinlich warten die extra, bis ich weg bin, und dann töten sie gegen mich. Und der Twitch hat da oben so ein Glück gehabt, der Twitch, ne? Ohne Witze. Da hat die Lux versucht wieder mit ihrem, äh, mit ihrem Boomerang. Ja, das ist nichts mehr Besseres ein. Richtig. Komm schon, kann nicht mal irgendjemand los? Du hast einfach mal gegen die, du, du... Du, 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 du... Du machst mal eine Pilzreja da laufen, da haste nur drei Stück, die da liegen. Da läufst du auf jeden Fall durch, wenn du da langläufst. Sieh! Okay, jetzt brauchen wir einfach durchzutupfen. Ja. Sag mal... Let's play together, with thing it. Und statt der Edsengel fail. Und siebte ultimo. Ja, ja, okay, tschüss. Ciao.